Chainsaw Man Kapitel 167 ist raus, es trägt den Titel Superschmatzer und wirkt eine große Frage auf. Was bin ich da gerade lesend, beziehungsweise was habe ich da gerade gelesen? Wobei, da gab es ja gar nicht so viel zu lesen und was habe ich da eher beobachtet? Und Tatsuki Fujimoto typisch war es wieder dreckig, schmutzig, ekelhaft, verstörend, aber irgendwo auch schön. Aber lasst mich das Ganze von vorne erklären am Anfang dieses Kapitels. Wir übernehmen die Idee aus dem letzten Kapitel von Yor, das Würstchen von Denji abzuschneiden. Denn eine Amputation würde das Problem von Denji, also seine Libido, ja lösen. Und ja Leute, ich bediene mich hier der Bildsprache, weil sonst könnte ich das hier nicht jugendfrei erklären. Und ich hoffe natürlich, ihr wisst, was gemeint ist. Zum Anfang des Kapitels beginnen wir uns in einer Seitengasse und wir sehen, dass Yor einen Strohhalm aufhebt. Aber im nächsten Moment hat sie nicht den Strohhalm in den Händen, sondern ein Klappmesser und sie meinte nur, hey, hier lag zufällig ein Messer herum. Und da könnte man vielleicht interpretieren, dass der War Devil seine Fähigkeiten eingesetzt hat und den Strohhalm, der dann in ihren Besitz überging, als sie ihn aufgehoben hat, in ein Klappmesser verwandelt hat. Und ja, sie hat tatsächlich vor, das Würstchen von Denji abzuschneiden. Und Denji, der ist sich gar nicht mehr so wirklich sicher. Ich habe auch keine Ahnung, warum er mit ihr zusammen in diese Seitengasse komplett alleine gegangen ist. Und er zweifelt so ein bisschen an der Idee und man merkt aber auch schnell, er hat eigentlich gar keine Lust drauf. Aber Yor hat da wirklich Lust drauf. Also er sagt, du hast das wirklich vor, das willst du jetzt echt machen, nee, lass mal lieber sein und sieh nur die ganze Zeit, komm, hol ihn raus, Hose runter, ich mache jetzt hier keine Faxen mehr, ich schneide das Ding jetzt hier ab. Und es kommt so ein bisschen zu einem Handgemenge zwischen den beiden, wo Yor das Messer verliert. Also es fliegt irgendwo fort und ist dann nicht mehr da, weshalb Yor dann eine andere Möglichkeit sucht und vorschlägt, ja, statt das Würstchen abzuschneiden, könnte ich dir ja deine Eier zerquetschen. Und sie greift ihm in die Hose, in den Schritt. Und beide sind irgendwie so ein bisschen, ja, am Blaschen, könnte man meinen. Also es ist eine sehr, sehr komische Situation hier. Und Denji möchte natürlich ebenfalls nicht, dass seine Eier zerquetscht werden. Und die beiden schauen sich tief in die Augen, es wird ein bisschen romantisch, könnte man meinen. Eigentlich schade, dass es Yor ist und nicht Asami Takah, wobei es ist ja Asami Takahs Körper, sie ist ja auch wahrscheinlich dabei, mit vollem Bewusstsein, bekommt alles mit. Und wie schon gesagt, die beiden schauen sich tief in die Augen und auf einmal kehrt eine Erinnerung von Yor zurück. Ich denke, Denji kann sich daran noch erinnern und hat es einfach aus anderen Gründen vielleicht vergessen oder kann sich nicht mehr so wirklich daran erinnern. Und zwar an das Date zwischen Denji und Asami Takah in seiner Wohnung. Und damals hat ja Yor die Kontrolle über Asa übernommen und Denji geküsst. In dem Moment kam ja ein Yuta rein und hat Yor dafür bestraft. Unter anderem damit, dass sie ihre Erinnerungen verändert hat, dass Denji niemals zu diesem Date aufgetaucht ist. Aber jetzt hat sie diesen Kuss wieder im Kopf und sie spricht auch davon. Sie ist sich sehr, sehr unsicher und meint nur, der Kuss, unser Kuss. Und Denji ist auch ein bisschen verwirrt, aber ich denke, er weiß, wovon sie spricht und dann küssen sich beide. Also beide fangen sich wirklich hier an zu küssen und das wechselt so ein bisschen in Knutschen herum. Wobei es halt natürlich sehr, ich will mal sagen, nicht lächerlich, aber sehr unbeholfen wirkt von beiden. Weil sie ja alle beide absolut gar keine Ahnung haben, was sie da gerade treiben. Beide sind stark am Schwitzen und Yor hat immer noch die Hand in der Hose von Denji. Und ich weiß gar nicht, wie ich das anders da beschreiben soll, als dass die beiden gerade in dieser Seitengasse miteinander rummachen. Und das geht über einige Seiten, wie sie dabei rummachen. Also es ist nichts zu sehen, außer halt eben eine Hand in der Hose und die beiden schwitzenden Jugendlichen, die hier miteinander knutschen und küssen. Und ja, das Ende gibt es auch noch. Und zwar als Yor nämlich ihre Hand wieder aus der Hose herauszieht, hat sie da Mayonnaise in der Hand. Also ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was ich damit meine. Ja, die beiden haben gerade dort rumgemacht und Denji kam tatsächlich zum Höhepunkt. Was vielleicht ein guter Vorteil ist, weil dadurch ist jetzt Denjis Druck, wenn man das so bezeichnen muss, erst einmal weg und er kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Und ich frage mich jetzt halt, was bedeutet das für diese beiden Charaktere? Weil wie eben schon gesagt, es war Yor, nicht Asami Taka, die sich dafür entschieden hat, eben mit Denji herumzumachen. Hat sie jetzt ihre Meinung geändert? Denn im Kapitel erwähnt sie ja noch, dass sie alles dafür tun würde, gegen den Chainsaw Man zu kämpfen. Deswegen wollte sie ja sein Würstchen amputieren oder seine Eier zerquetschen. Aber jetzt könnte sich das ein bisschen geändert haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und es tut mir leid, dass diese Review vielleicht etwas zu kurz geraten ist an diesem Punkt. Aber es ist halt ein wirklich sehr kurzes oder sollte man besser sagen, sehr schnelles Kapitel. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir definitiv mal in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Szene haltet. Und wie glaubt ihr, wird es jetzt mit diesen beiden Charakteren weitergehen? Was wird Asami Taka davon halten? Ist sie damit einverstanden? Oder wird sie sich übergangen fühlen von Yor und es kommt zum Streit zwischen diesen beiden Charakteren? Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir müssen uns nicht so lange gedulden, bis es weitergeht. Nächste Woche kommt schon das nächste Kapitel. Und es war ein verstörendes Kapitel. Es war ein sehr ulkiges und komisches Kapitel. Aber ich denke, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Und es ist relativ wichtig für die Zukunft von Chainsaw Man. Wenn euch meine Review gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal für mehr Chainsaw Man Reviews und natürlich viel mehr Anime und Manga Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für ihr Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme und tolle Zeit. Ich sage Ade.